Hey Leute, hier ist der Marc und willkommen zu einem neuen Infovideo. Der dritte Teil von den legendären Schiffen Coming Soon, heißt es jetzt hier auch auf dem Bild schon. Und wie ihr auf dem Bild sicherlich schon erkennen könnt, handelt es sich um die Yamato hier auf dem Bild. Welche wir ja schon mal zum Test zur Verfügung hatten, diese wird auf jeden Fall zurückkommen. Das freut mich natürlich selber auch. Sicherlich auch einigen von euch, war wirklich ein super geiles Schiff. Und als neue Informationen haben wir noch bekommen, die Einrichtung, über die wir letzte Woche gesprochen haben, ist ein Ort, an dem sie legendäre Schiffe und andere Projekte in der Zukunft erforschen können. Um mit der Forschung zu beginnen, aktivieren sie einfach ein Projekt. Um es zu beschleunigen, können sie Projektschiffen bestimmte Schiffe zuweisen und bestimmte Missionen abschließen. Das klingt auf jeden Fall mal sehr interessant. Projekte müssen gewartet werden. Das funktioniert über eine tägliche Anmeldung und die Recherche dauert dafür 24 Stunden nach ihrer letzten Anmeldung. Auch Kommandanten werden später eine Rolle bei der Beschleunigung des Prozesses spielen. Wie das umgesetzt wird, das wird interessant auf jeden Fall. Außerdem noch als Randnotiz, Dublonen können verwendet werden, um die Forschung zu fördern, aber nicht mehr als 40% davon. Weitere Informationen werden in den Patchnotizen bekannt gegeben, welche morgen verfügbar sein werden. Sehr, sehr geil. Also morgen wird es auch auf jeden Fall auf meinem Kanal denn ein Patchnotes Video geben. Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon mal drauf freuen. Ich bin natürlich auch gespannt, ob es jetzt bei den drei legendären Schiffen, die wir jetzt angekündigt bekommen haben, die Alaska, Großer Kurfürst und Yamato bleibt oder ob dort noch weitere dazu kommen. Da bin ich echt gespannt. Vielleicht ein Zerstörer wäre halt auch ganz cool. Zwei Schlachtschiffe, ein Kreuzer, kein Zerstörer ist halt irgendwie kein gleichmäßiges Verhältnis. Aber wir sind gespannt auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall morgen auf die Patchnotes. Dort werden wir auf jeden Fall weitere Informationen kriegen. Schaut dort auch gerne rein. Und das soll es auch mit dem Infovideo gewesen sein. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre Spitze. Schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.